Die großartige, fantastische Vari-Kadama Hallo, ich bin gestern aus Amerika angekommen Und als ich von Eingang in diese Gebäude reinkam, hatte ich Gänsehaut Und das war die gleiche Gänsehaut, die ich vor ein paar Monaten in Yale-Universität hatte Als ich ins Bibliothek von der Universität ging und das Manuskript von Bach, die Inventionen und Sinfonien sah Man sieht die Geschichte und das war das Gleiche Und ich bin sehr glücklich, hier heute sein zu dürfen Wo die Geschichte in der Musik kreiert wurde Und wo Sie jetzt die Geschichte kreieren Und ich bin natürlich ganz besonders dankbar, weil als Pianisten sind Sie unsere Stimme Und wir können ohne Sie nicht sprechen, nicht spielen Also ich bin sehr glücklich, heute die Mittagspause mit Ihnen teilzunehmen Vielen Dank Applaus Vielen Dank Applaus Vielen Dank Applaus Vielen Dank Applaus Vielen Dank Applaus